Und das ist Dubstep. Wir spielen die Pages, nicht die Big Turist. Ja, dann, ich sage einfach mal, wir... Keine Gewalttaten hier. Und ich verzeihe, wir machen einfach mal hier Start Game. Nein. Parsec Productions. Erstmal, erstmal ein Schluck hier. Present. Im schwarzen Bildschirm. Slender, die 8 Pages. Wow. Mhm. Habt ihr die Windeln bereitgelegt? Ja. Okay. Collect all 8 Pages. Ja, Mann. Geht nicht. Die gab es ja gerade im Angebot. Was? Das sehe ich nicht. Dankeschön. Guck an meinem Kopf vorbei. Nebel. So, wir müssen wahrscheinlich einfach mal in den Wald rein, oder? Ja. Ja, ich gehe einfach mal hier zu diesem schönen... Das ist ein schöner Baum. Das ist ein schöner Baum, ja. Hundertprozentig. Boah, ich sehe die Page jetzt von hier schon. Boah, ich bin... Da sieht der ein bisschen ne Page. Da zeigt ne Page. Krasser Typ. Gell, voll? Gute Augen. Du, ich dreh mich jetzt nicht um. Nehmen sie. Jawoll. Und ist denn? Nein. Ich drehe mich jetzt nicht um. Deep Throat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Slenderman. Hallo. Slenderman. Kuckuck. Ja, das bin ich. Nein. Mach mal. Alter, mach mir keine Angst, Alter. Slender. Wir ficken dich gleich von hinten. Slender, Geländer. Fall der Killer und so, ne? Ja. Was, wenn jetzt das hören? Nee. Das ist wegen der Phase stinken. Alter, das ist richtig mies, Alter. Das ist richtig verkommen, Alter. Ich bin wegen der Regenschirren. Ich bin so wegen der Regenschirren. Nerv. Das ist eine gute Schiefe, ja. Wie... Also wie war das doch mal... Kann... Wir müssen uns einfach nicht umdrehen. Dann trifft der uns der Typ nicht. Nein, nein, du darfst. Du musst immer mit der Kompos einfach wegrennen. Äh... Mit Shift und so. Ja, gehen wir nach links lang? Ich geh jetzt hier mal links lang an dem schönen Volvo... Ich geh links lang. Das war... Ich bin grad hier nach links gegangen. Ja. Nein. Hallo. Ah! Ich hab' ihn gesehen! Ich hab' ihn gesehen! Ich hab' ihn gesehen! Der war da hinten grad gestanden, Mann! Ich hab' Angst. Wie komm' ich da rein? Gar nicht. Gar nicht. Man! Wie soll ich da reingehen? Die Tür ist zu! Heute ist... Oh mein Gott! Heute ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist da? Ah! Ich renne! Ich hab' mich umgedreht! Das Bild klärt sich wieder! Oh mein Gott! Alter! Hör auf mich zum Mobbenspiel! Ah! Oh du Wichser! Alter! Jetzt kommen sie schon von hinten! Also nicht so, sondern... Sondern die erschrecken mich! Die sind böse! Na, hat eben die Pimmel, mein Schmetter! Die Schmetter! Die Schmetter! Die... Die Presswurst! Ah, ich glaub' ich die gleich... Mein Tier schon ausgeschwitzt! Hahaha! Ich hab' noch die... Ich hab' noch die... Ja, mein Sprühwurst Oma, Alter! Boah! Nimm dein Schokoschwert weg! Hahaha! So! Wie war's jetzt hier? Ähm... Seiten zu finden! Ja, das glaub' ich ja nicht! Nachtwandel oben! Ich glaub' ich ja jetzt wirklich! Da ist die nächste Station! Ich glaub' ich, die Fahrt hinterfinde! Und... Ich denk' mal, dass wir uns hier einfach mal hier durch die Bäume unschlagen werden und einfach mal ein paar... Oha! Da hast du gelöst, da hast du? H empez' ich jetzt einen Schwenken vorgelegt Ja? Bei der Fall war total... Da hast du schon kurz gelassen... Wo denn? Hinten Hinten? Das ist keine Seite Oh, das ist tatsächlich eine Seite Halt! 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 Meine GmbH hat mir wieder gut geholfen Ja, jetzt gehen wir mal Bier holen Ne, ich hab hier ein Glühwein Ruhe Winter Trash Night Nummer 2 Im Oktober Im Oktober So Hör auf zu stampfen Oh mein Gott, ich will da Ich will da nicht rein Ich will da nicht rein Ich will da nicht rein Geh da rein jetzt Die sind schön weiße Fäden Die sind besonders gut Ja, voll alter Wir fahren den Hof nach Barcelona Alter Ich will da jetzt echt Oh mein Gott Oh mein Gott Ich will Boah, ja Hochdruckpistole Oh mein Gott, Jungs Die hatten die Die Decke auch ein bisschen Die hätten die Decke ja ein bisschen noch Grafik Hochwertiger machen Du kannst es selber machen Du kommst nicht Decke geworfen Alter Ich könnte echt jetzt mit was? Ich könnte echt jetzt mit was? Mit was? Nein, der Slenderman kann spielen Ach so? Oh mein Gott Alter Okay, hier ist nichts was Ich muss raus hier Ich war überall drin, oder? Geht nicht Oh Dann kommt er nämlich nicht Dankeschön Echt jetzt? Ja, aber ich war nicht so schnell Aber du siehst dann auf die Seite nicht Der kommt nicht Denn da ist die irgendwo Da ist es auf die grunde Seite Ich weiß nicht Ich freue mich Ich freue mich Da war er Ich habe ihn gerade wieder gespürt Der Bobbelding Gespürt Ja, ich habe ihn gespürt Ah, da ist er wieder Ja Er wollte mich an gewissen Stellen anfassen Das wollte ich einfach nicht Hör auf Ich sehe die Seite Jungs, Jungs, Jungs Ah, hör auf Alter Wo ist denn die Seite? Ja 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 Dann macht schnell das Licht aus Und geht nicht um Take it Oh mein Gott, ich hör was Ich lauf Ich lauf ja Mach das Licht aus Boah, Jungs Oh, Forrest Oh, Forrest Ich bin ja im Forrest hier Ich bin ja im Forrest hier Können wir echt überlegen, ja Bisschen den Forrest und so Aber das Aber das Wollt ihr immer eine Folge des Forrests? Schreibt es doch mal in die Kommentare Genau Und äh, abonniere ich mich Und das Liken Ich wette mal irgendwo ist das Liken Hohoho Lack, Lack 1000 Likes gibt's auch mal ne Special Folge Mit Facecam Laktosefreie Milch natürlich Laktosefreie Milch mit Facecam Bei den 1000 Likes Oh, ich seh ne Ich seh ne Seite 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 von hier Ich seh ne Seite Ich seh ne Seite Vertraue mir unter Wenn wir wollen das Video aufnehmen, wir konnten Like das Video Ja Ab 100 Liken, kurz mit aufhören Ach ne, das war nur Schatten Mit Facecam Ich seh ne Es klingt jetzt Güss ist echt grad etwas Etwas dämlich von euch Was ihr da grad von euch gebt Was ihr da grad von euch gebt Das ist Trash Night Nein Ja, aber wir sind nicht Hahahaha Die GmbH Die GmbH Die GmbH Die GmbH Sie voll Ich nehm keinen mehr auf, voll Wollt Will man meine GmbH ein bisschen spielen? Nein Wollt nicht, muss es schon Alter, ich hab... Ich mag Koron nicht Ich geht gar nicht gut hin Okay, jetzt weiter Dann muss ich ja jetzt noch drei Eine finden Eine nicht drei Ja, meine ich da eine Alter, mach mir Gesundheit Alter Kann hier ne Seite sein? Ja, wo ist drüber? Alloes Ländermen, ich bin gleich hier in weiter rum Ich glaube auch noch nicht, wir haben gesehen. Aber ich hoffe, wenn es nicht mehr in Scheiß sein. Ich dachte, du bist ein Scheißweiß, weil ich schlafe in der Falle. Ja, es gibt noch keine Hobbys. Nicht. Genau. Ein schöner. Oh mein Gott, verpiss dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht sehen. Was, was? Ach so. Ich habe überlegt mal den Anzug von Hitman zu holen. Und mit der roten Krawatte. Das ist nicht fair, das ist geil. Und dann mache ich mir noch das Tattoo hinten dran. Ich glaube, meinen linken GmbH-Mitspieler hört man nicht ins Mikroballar an, man an der linken Schulter vorbeispringt und an der rechten Schulter steht. Dann stelle mich laut an. Dann stelle mich laut an. Dann stelle mich laut an. Vielleicht jetzt mit den Tequilas auf. Oh, ja klar. Mach mal. Ja, warte. Ich stapfe gerade wieder durch den Wald. Und finde die Seite nicht. Bin ich schon wieder in dieser Sch... Ah ne, das ist eine Mauer. Okay, oh mein Gott, ich will da nicht. Oh mein Gott, hört auf. Ah, mein... Dank. Oh ja, wo meine GmbH-Mit-GmbH-Mit-Wer hat, Tymi da... Füßes. 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 Alter, ich habe mich mehr an. Wie gesagt, ich schrei ja schon. Das bin ich nicht. Alter! Das war kein Feminier-Schrei. Das war der Schreit des hohen Mujagawi-Stammes in Indonesien. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln. Die schreien immer so, um ihr Wild anzulocken. Ja, das ist immer ein Schlumpf. Ich gehe hier mal an. Und der nächste Tag, ich gebe es dir. Dieses Jahr. Alter. Mann, nimm vielleicht meine Kippe in Ruhe. Seit wann rauchst du? Seit wann rauchst du? Hör auf zu rauchen. Hör auf zu rauchen. Hör auf zu rauchen. Hör auf zu rauchen. Kinder rauchen ist ungesund. Jedes Mal. Ich hole eine große Feuerwehr. Genau. Jedes Mal, wenn ihr einen raucheres seht, dürft ihr Fett in die Nüsse treten. Nein. Das ist nicht. Das tut weh. Ich freue mich an euch, wenn der Sonne schlägt. So. GmbH wollt ihr mal. Nein. Du musst durchziehen. Wieso muss ich das jetzt durchziehen? Deines Rauch ist für den Nüsse. Das ist der Santa. Glenderman, hallo, hallo. Ich bin hier. Oh, wieso bin ich jetzt schon wieder in der... Ich will hier nicht. Ich will hier nicht. Ich will hier nicht sein. nach oben. Alter. Geht gar nicht klar, Alter. Geht gar nicht klar. Diese scheiß Musik hier. Oh mein Gott. OH NEIN! Falsche Richtung! Ah, danke. Boah. Wo? Ah, boah. Ja, mobb mich halt. Ha. Nein, wir sind absolute... Wir sind nicht homophobisch, wir sind total... Wir sind freundliche Mitmenschen. Genau, wir haben auch Namenschild, wo draufsteht... Nein, 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 nein. Ja, jedes Mal, wenn mich irgendwelche Menschen was fragen... Nein, auf meinem Namensschild steht Anna Elfung. Ich bin freundlich. Nein, nein, nein. Jedes Mal, wenn ich dann Menschen irgendwas fragen, weiß ich nur auf meinem Namensschild. Und dann steht einfach Nein. Das heißt, du bist kein Ja-Sager. Genau, ich bin ein Nein-Sager. Nein ist einfacher als Ja. Ein Ja ist größer, kannst du dir das sagen. Ja, aber mit Ja... Nee, ja, nee. Nein, komm. Ok, wie sieht ihr das als wirklich ausprobiert? Ent Ich will dich nicht. Du darfst mich nicht anfassen. Ich kann immer mal die Taste W drücken. Das tut doch selber weh. Ich will... Du musst weh gedrückt halten. Bleib doch gut stehen und die Nacht auch betrinken. Danke. Hm. Ich glaub den Glühwein darfst du wieder erhitzen, weil der schon wieder kalt ist. Ah! Ja, tut mir leid. Sauft doch nicht so viel. Nacktose, freie Milch. Nächste Runde. In dem Bus, wo alle pipi müssen, gibt es nur ein funktionierendes WC. Was willst du uns jetzt erzählen? Ja. So, aber jetzt erstmal die Frage. Wer von meiner GmbH will auch mal probieren? Deine Mama. Nein, deine Mama geht rauchen. So, aber davor würde ich sagen, machen wir kurz eine Aufnahmepause. Und danach... Jetzt müssen wir den Glühwein wieder erwärmen. Genau, wir müssen mal unsere laktosefreie Milch wieder erwärmen, damit wir nachher noch schön Honig dazugeben können und dass wir dann nachher gut schlafen können. Und rauchen. Alkohol. Für euch geht es gleich weiter. Und für euch geht es gleich weiter. Dankeschön, GmbH Nummer 1. Oh, ich bin die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1 im Podcast 4. Halt die Fertigerauch. Das war der Dortmunder. Also Freunde, ihr könnt euch gerne mal unsere, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Let's Plays angucken. Und... Machst du eine Abmoderation? Wir machen Pause. Ja, ich mache eine Abmoderation. Klar, logisch. Nein, Mann. Gehen wir auf die nächste Pause? Ja, ich mache jetzt hier auf... Cut! Jungs, lass mich abmoderieren. Sorry. Lass mich abmoderieren. Genau. Und auf die nächste Zeit ist dann auch geplant mal Dead Space 3 oder Dragon Age Origins. Irgendwie so etwas. Ich bin auch gleich wieder dabei. Und natürlich die Trash Night 3, die jetzt in Kürze folgt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Jungs, lass mich reden. Und verabschieden. Halleluja. Also wer solche Freundheit braucht keine Feinde mehr. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.